Motor TV 22, es gibt die schönsten Sportwagen Oldtimer und Besonderes bei den Autotagen vom Verein Autosport Seefeld unter Führung von Alexander Bachensky mit seinem Team in Seefeld vom 21. bis 23. Juni zu sehen. Wir möchten euch recht herzlich begrüßen. Hat sich Besuch aus Deutschland, Luxemburg, Schweiz und den angrenzenden Bundesländern aus Österreich angesagt, werden die PS Heisenpolin in Seefeld wieder an den Start gehen. Und es gibt Automobile wie Ferrari, McLaren, BMW, Porsche, MG, Lancia, einige Amerikaner, Mercedes und vieles mehr. Lasst euch überraschen, kommt vorbei und gibt euch ein oder zwei Tage bei dieser Motor Show. Beim Start mitten im Dorfkern geht's los, wo die PS-Monster auf ihren Prolog geschickt werden. Und es geht um Zeit. Wer am wenigsten Fehler macht, hat am Ende des Tages die Nase vorne und gewinnt den wunderschönen Siegespokal. Es muss nicht immer der stärkste oder schnellste sein. Es geht um Gleichmäßigkeit. Aber das Wichtigste für unsere Teilnehmer ist die wunderschöne Landschaft, die Berge und die schönsten Strecken hier bei uns in den Alpen zu fahren. Kommt vorbei und bestaut bei gratis Eintritt die wunderschönen, aufgemutzten und polierten Boliden.